Okay, sehr, sehr cool die Hose. 6,700 von Gucci, ich glaube 850. Servus Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Warum halte ich die Kamera selbst? Aus einem einfachen Grund. Ich bin gerade am Fertigmachen. Heute geht es für mich auf die HypeCon. Das ist die HypeConvention da in Wien. Da wird einiges los sein. Da sind wir heute am Start. Da werden wir was Lustiges drehen. Wahrscheinlich sehr gut, sehr gut. Wir werden zum Beispiel mit Hypebeasts nach erfundenen Modemarken befragen. Aber vorher, ich bin tiefenentspannt, liebe Freunde. Auf Instagram folgen Max Open Me, auf jeden Fall vorbeischauen. Da haben ja einige, wie auch auf Snapchat, mitbekommen, dass ich einfach schlaflose Nächte hatte, weil meine Matratze sich wie so ein Loch gebogen hat. Ich habe jetzt eine neue Matratze bekommen. Die habt ihr mir auf Instagram empfohlen, weil ich aber irgendwann zu geizig war, die Matratze zu bezahlen. Haben wir jetzt eine bezahlte Partnerschaft. Vielen lieben Dank an KuhCon für diese tolle Matratze. Ihr könnt hier selbst eine bestellen in dem Link in der Infobox und 101 Nächte Probe legen. Und wenn es euch nicht gefällt, wieder zurückschicken. Ich habe sie nach einer Nacht behalten. Wollte sie aber nicht zahlen, deswegen eine Kooperation. Ihr wisst Bescheid. So, raus aus den Federn, rein ins Leben, ab auf die Hypenkorn. Los geht's. So, natürlich werde ich gleich mal herzlich von Veranstalter empfangen. Das ist der Dennis. Dennis, bist du aus Frieden? Wir waren richtig. Ja, also ziemlich. Heute für einen Pop-Up ist ziemlich, ziemlich viel los. Und auch sehr, sehr familiär. Und das sollten wir heute erreichen. Gut, im nächsten Kreis. Schauen wir gleich mal rein. So Leute, da ist natürlich einiges los. Ich habe mir schon ein paar Sachen zurücklegen lassen. Wie ihr seht's ja. Also es platzt ein Überfall, lauter Angebot. Servus, dich käme auch von der ersten Ausgabe noch, oder? Hast du die Kooperation mit Nimm2 von denen mitbekommen? Dieser geil, oder? Diese klassische Hose mit dem Leder drinnen. Genau, genau. Das war die. Echt krasse Sache. Ich bin mir nicht sicher, aber kann es sein, dass das die Maxi mit den Armen da ist. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Die Jungs von Duyami sind natürlich da drüben auch am Start, verkaufen ihre T-Shirts. Die gehen auch ganz, ganz gut weg. Richtig nice and stuff halt. Muss man einfach sagen. So, liebe Leute, folgendes Szenario. Circa 80% der hier Anwesenden kennen mich und meinen Kanal. Und damit auch das Video Appists nach erfundenen Modemarken befragen. Das heißt, aus der Situation schwenken wir um zu, wie viel ist dein Outfit wert? Dementsprechend, wir haben schon den ersten am Start, der Flo heute hier. Ist mir gleich aufgefallen. Servus, Flo. Ist mir gleich aufgefallen, weil ich mega cool finde, wie er von seinen Jordans die Laces angepasst hat an seinen V-Loan. Danke. Und die Ketten sind mir auch aufgefallen. Gleich mal Louis V am Start. Ich glaube, du kennst das Spiel. Ganz, ganz easy. Vielleicht fangen wir gleich mal unten an mit deinen 1er Jordan. Was hast du dafür bezahlt? Bei Robert Jordans habe ich bezahlt 800 Euro. War in einer 9,5 Condition von 10. Okay. Wann hast du dich gekauft? Vor circa einem halben Jahr. Dann hast du es über sehr billig bekommen. Ja, habe von dem Bauern ein Stil bekommen. Und da habe ich mir gedacht, ja. Kannst du ein bisschen Outer noch reden? Zu der Hose. Also eine Dickies Hose. Dickies, ja. Habe ich mir gehofft, dass ich den Stack auf der Hose, also auf den Schuh, den ich richtig nice finde. Habe ich bezahlt 50 Euro von Asos. Und hier noch Geld. Gürtel, was haben wir da am Start? Alex. Habe ich, glaube ich, für 150 gekauft. Okay. Auf SNF Mall. Ja, dann hier noch halt. Chain habe ich schon gesehen. Hosenkette, Selfmade. Selfmade. Schaut aber cool aus. Machst du Louis V. Yes, habe ich genau mit dem gleichen gemacht. Ja. Ja, Louis V Fatlock. 50 Euro. Ebenfalls auf SNF Mall gekauft. Und hier zum Vilon Pulli. Vilon Pulli habe ich gerade. Der ist schon älter, gell? Ja, aber dann habe ich gerade von einem Freund gekauft. Für 230. Das geht eigentlich. Ich finde die Farbe sehr flashig. Und ich mag, dass das leicht hier ripped auf irgendwoher ist. Das finde ich sehr, sehr cool. Und der Stoff ist ganz, ganz dünn. Ja. Und die sind leicht ganz grob. Ja. Ja, dann noch zu den Ringen. Ringe sind nichts Besonderes. Hier noch 60 Euro. Das weiß ich noch. Die anderen sind so, ja, insgesamt der Wert von 40 Euro vielleicht. Also, ja. Also Mode-Schmuck. Ja, genau. Shirt? Dann Shirt habe ich drunter. Ein Balenciaga-Shirt. Ah. Das ist ein normaler. 295 Euro. Und die bei Amicis. Classic. Bei Amicis. Kommt immer wieder mal vor. Was, was, was? Airpod. Natürlich. Der Airpod-Flex muss natürlich am Start sein. Sind das die Zweier? Normal. Nein, 1er. Okay. Also 130. Ja, 180. Ja, 150. Damals, glaube ich. Vilon. Ah, Vilon. Schön. Ja, der habe ich gekauft. Aber ist die OG? Nein, der hat irgendeiner Selfmade gemacht. Auf Grailed. Und habe ich 80 Euro bezahlt. Okay. Das heißt, Gesamtoutfit hier unten eingeblendet. Ich finde es sehr, sehr geil abgestimmt. Ich bin eigentlich kein 1er Jordan-Fan, aber mit dem Orange, mit dem D-Lon in der Kombination mit dem Laces, auf jeden Fall statt wie das Outfit. Also, nice to fit, Bro. Danke vielmals. Liebe Freunde, wir haben den nächsten Kunden des heutigen YouTube-Videos am Start. Wir haben hier den Leon. Auch der ist mir aufgefallen. Hallo Leon, grüß dich. Hallo. Freut mich sehr. Auch der ist mir aufgefallen, weil ich diese Jacke sehr, sehr cool finde. Also es ist eine klassische Fischer-Weste für den passenden Anger-Urlaub hier natürlich am Start. Momentan mega im Trend. Aber was wir schon herausgefunden haben, du hast gar nicht so viel dafür bezahlt, gell? Ja, nicht. Bei Primark geholt? Ja, für 2 Pounds in London. Okay, also mega nice. Und das Geld kriegt man bei uns Pommes mit Würstchen, also zahlt sich auf alle Fälle aus. Wir starten einfach von unten. Du kennst die Rules bei diesem Game. Du hast die Travis-Scott-Schuhe an, die Nike. Ja, habe ich 400 Euro auf StockX bezahlt. 400 Euro auf StockX. Hast du Zoll auch noch dazu bezahlt, oder? Nein, weil die aus London, aus der Filiale von London gekauft sind. Okay, das ist natürlich praktisch. Wie findest du die? Bist du zufrieden damit? Ja, sehr zufrieden. Tauscht du die Swooshes immer wieder aus? Nein, ich trage eigentlich hauptsächlich die Metallic. Hose? Hose, 40 Euro H&M. H&M? Besten Hosen, H&M, Basic, Zara geht eigentlich immer voll. Auch ich gebe eigentlich nicht viel Kohle für Hosen aus, weil ich finde die Basic-Pieces passen eigentlich ganz gut. Und der Flex ist mit den Oberteilen am Start. Shirt. Was hast du für Shirt? Oh, Entschuldigung. Wir haben die Louis V. Keypodge. Ja, haben wir vergessen. Wie viel hast du bezahlt für die? 125 Euro. 125 Euro. Ja, fürs Kleingeld kann man sich schon mal gewöhnen. Da ist noch eine Kette dran. Ich will da nicht zu viel herum. Nohomo. Okay, V-Long-Shirt am Start. Oben ein V-Long-Shirt, 225 Euro. 225 Euro. Also da ist der Flex dann. Hinten haben wir noch einen Rucksack. Was haben wir hier? Einen Cancel Backpack. Cancel Backpack. Hast du den aus dem Ausland geholt? Habe ich auch aus London geholt. London, ja. Für 180 Euro. 180 Euro ist voll okay eigentlich für den Preis. Ja, für den Ort. Die Chain? Die Chain ist von Swarovski, war ein Geschenk von meinem Vater. Kannst du nicht ungefähr sagen, was das kostet? Ich schätze 40,50 Euro. Also 40,50 Euro, ich glaube, das ist schon ein bisschen mehr. Aber der Boy bleibt real. Das war, taugt mir. Ja, finde ich ein nicees Outfit. Vielen Dank, Leonas. Du hast mir bei uns. So Leute, auch der Nachwuchs ist sehr, sehr stark. Hier an meiner Seite ist der Felix. Felix, wie alt bist du? Ich bin 13 Jahre alt. 13 Jahre alt, aber ja, das Game schon verstanden und einen ordentlichen Flex an. Also auf den ersten Blick, was sehen wir natürlich? Yeezy, wir sehen den Off-White-Welt und wir sehen auch einen Off-White-Crew-Mack. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt. Und du hast dir noch was von Off-White geholt. Genau. Das Football-Chelsea. Und noch eins dazu. Ich habe beide Fahnen. Nice, okay. Das nehmen wir natürlich ins Outfit dazu. Wir fangen, du kennst die Regen, wir fangen von unten an. Ja, ja. Deine Schuhe. Erster oder zweiter Drop? Zweiter. Ich, gar kein Drop. Ich habe ihn halt in Wieser gekauft. Ja, ja, ja. Ah, okay. Aber das sind die vom Zweiten? Ach so, ja, genau. Das sind die Semifrozen. Semifrozen Yellow, genau. Genau, die habe ich für 290 gekauft. 290, ist ein fairer. Schaut ein bisschen groß aus. Hm, das passt eigentlich gut. Passt perfekt, okay. 290, die Hose. Hose, H&M, ganz normal. Basic H&M, braucht man nicht mehr, ja. Shirt, Unterlimb Crewneck. Genau, also Shirt ist von Cancel, das kostet 90 Euro. 90 Euro? Ja. Können wir das mal sehen? 90 Euro, Cancel Shirt, okay. Den Off-White-Gürtel. Genau, das ist ein Mini-Off-White-Gürtel. Ein Mini? Also der ist ein kleinerer, der ist nur 130 lang und der kostet 125 Euro. Also der ist sogar noch billiger, weil er Minis ist. Okay, okay, nice, cool. Und dein Crewmate, was hast du für das bezahlt? Das ist der Firetape von Off-White und der kostet... Kannst du mal umdrehen vielleicht? Also für alle, die das noch nicht gesehen haben, auch sehr, sehr cool. Der Stoff ist sehr dünn, fällt mir auf. Ja, das ist ein dünnes Wetter. Was hast du für den bezahlt? Ja, für den habe ich 290 bezahlt. 290, puh, geht schon dahin. Hast du noch irgendwie Schmuck oder sonst noch irgendwas? Nee, habe ich nicht. Okay, und wie viel hast du für das bezahlt? Genau, also die haben mich beide für 200 bekommen. Beide für 200, also sogar noch ein bisschen gehandelt. Ja. Okay, stabiles Outfit finde ich cool, abgestimmt. Natürlich, die Frage muss ich bei dir stellen, wie kannst du dir das leisten? Also, ich habe das meiste eigentlich von meinem ersparten Geld, das ich natürlich auch geschenkt bekomme. Ja, also du sparst dir dein Taschengeld zusammen? Ja, also es ist eigentlich das, was ich am meisten Geld ausgib. Ja. Von meinem ersparten. Ein teures Hobby. Warum will man mit 13 schon so teure Sachen tragen? Ich habe gesehen, in meiner Klasse machen das auch einige, ein paar andere sind auch High-Pists halt. Und ich habe bei denen das gesehen und ich fand es eigentlich cool, dass man da sammeln kann und das es halt dann einen Wert hat und so. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das auch. Gut, Freunde, auch das Ausland ist vertreten. Links von mir steht der Urrosch, der ist mir gleich mal aufgefallen. Ich finde dein Fit mega, mega cool kombiniert. Vor allem die Schuhe, die sieht man nicht allzu oft, muss man sagen. Wo hast du die her? Snipes. Mit Zipp, gell? Genau. Was hast du bezahlt? 220, sowas? 280. 200 Euro. 200 straight raus. Coole Hose, du hast gesagt, dich hat der Zoll gefickt. Warum? Keine Ahnung, die heilt. 40 Euro hast du Zoll nachbezahlen müssen. Was war der Ursprungspreis? 60 Dollar. 60 Dollar und dann nochmal 40. Ich finde dein Shirt ganz cool. Was ist das? Hier am Preston. Okay, ganz klein und dezent. Schaut auch sehr cool aus. Was hast du bezahlt dafür? 190. 190. Neu. Und das Off-White-Hemd, finde ich ganz cool. Das ist so leicht used. Ich glaube, das ist eine ältere Kollektion schon. Ich habe es privat gekauft. Ich habe es privat gekauft. 550 Euro. 550 Euro, okay, wow. Und was hast du hier noch? Das ist vom Case. Ah, vom Case, das gehört ja dazu. Das habe ich in Amidis für 80 Euro. 80 Euro. Gut, die Kappe, Kurt ist so ausgebleicht. Ist die schon so oder war das besonders? Ich habe sie irgendwo gefunden in meinem Kleiderstand. Okay, also. Das gefällt mir. Okay, ja, schaut cool aus. Und Brille noch irgendwie, was Besonderes? Raven. Raven, schaut auch. Fertig, nein. Stabiles Outfit-Pod, die kann sich sehen lassen. Serbien, hier auf jeden Fall, ist ja auch stark vertreten. Danke vielmals. Gut, Freunde, wir kommen zu Viennas Biggest Hype Bay. Das Mädels, das in der Fashion-Szene alles zerreißt, meine liebe Maru. Maru, du schaust so cool aus. Ich beneide dich einfach für deine Hose. Danke. Ich habe mir die auch schon bestellt, aber Kreditkartenlimit überschritten. Amazon sagt Bestellung starniert. Hier sind sie ein bisschen im Partnerlog. Wir sind im Partnerlog, der einzige Unterschied ist, dass ich Hübscher bin. Oh, 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 oh. Sonst, äh, nein, haas. Ja, 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 genau. Was hast du für deine Schuhe bezahlt? Habe ich geschenkt bekommen, also 0 Euro. Oh, praktisch. Ja, das ist als Hype Bay hat man es da leichter, glaube ich. Süßes. Zweimal süß schauen und schon kriegt man Blazer geschenkt. Meine haben aber 4,50 Euro gekostet. Ich glaube, die schwarzen sind ein bisschen billiger. Ich glaube, wenn du es so gut bekommst, dann 3,80, 400, sowas. Die Hose 30,40 oder teuer? Äh, auch geschenkt bekommen, also 0 Euro. Du hast das passende Top noch dazu, gell? Das ist kein Spaß jetzt. Ich habe für alles, was ich anhörte, jetzt habe ich überlegt, nicht einmal für die Unterhose was gezahlt. Also, sorry, guys. Man muss dazu sagen, sie kommt aus Polen. Ja, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber... Das stimmt, ja. Nein, ich weiß einfach, wie es lang geht. Mein Gott. Ja, hast vollkommen reich. Das ist mir gemütlich im Leben. Ich finde es mega cool, weil du hast zusätzlich auch noch das Vêtementsshirt an und auch das reflektiert. Das heißt, du bist einfach... Ich finde, dein Outfit, ich weiß nicht, ob ich es nicht mit Abstand am coolsten finde, weil es einfach so durchdacht ist. Du hast die schwarzen Bläser, die super zum Outfit passen, mit den weißen nur außen, die reflektierenden Hose und das Vêtementsshirt, das auch noch reflektiert. Also, ich feier's mega. So viele Komplimente. Mega, mega Komplimente. Mir taugt dein Outfit extrem. Danke. Gesamtwert, was hat das Shirt? Circa 350, glaube ich, kostet es, oder? Nein, 400, glaube ich, sogar. Ja, ich glaube, wir haben über 400. Also, die Mucks hat das 400 bezahlt. Schuhe 3,8, glaube ich. Hose, wenn ich mich nicht irre, 40,50. 40,50. Sehr cooles Outfit. Danke. BH noch dazu. BH noch? Ja, die müssen wir auch noch rechnen. Ja, das mit Manu war natürlich beinhart gelogen. Das beste Outfit hat eindeutig dieser Kunde hier an. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ja, man kann eigentlich mit dem Outfit nichts falsch machen, oder? Ja. Ja. Sogar farblich gut abgestimmt. Ja. Finde ich sehr, sehr geil. Die babyblauen Schuhe mit der Jeans und den hellblauen Nuancen reflektieren natürlich auch am Start und hier nochmal Orange wiedergefunden. Ein sehr, sehr stabiles Outfit kann natürlich nur die Maximilianami tragen. Das kommt natürlich von euch. Wie heißt du? David. David. Sehr cool. Vielen lieben Dank für den Support. Auch an alle, die den Merch geholt haben, Freunde. Bis Bescheid. So, Freunde. Last but not least. Mein Boy in the Game. Ihr kennt ihn natürlich schon vom letzten Video. Ich glaube, ich muss nicht viel dazu sagen. Der Hunder. Okay, Bruder. Was machen wir heute? Weiß nicht. Wir fragen durchaus, dass das Outfit fertig ist. Passt, fangen wir an. Was kostet das Oberteil? Das Oberteil 4,20 Euro. Viel zu teuer erwischt. Okay, wegen dem Zoll habe ich schon gehört. Ja, genau. Sie ist. Was für Hose? Hose 30 Euro. Passt. Socken 75. Cool. Muss man dazu sagen. Und die Schuhe für 50. Und die Uhr... Das war's. Nix. Fünf Euro oder so. Okay, was kostet ein Tattoo? Unbezahlbar. Okay, Bruder. Aber fangen wir unten bei den Schuhen an. Was hast du für die Schuhe bezahlt? 800. 800? Wow. Puh, das ist eine ordentliche Hausnummer. 800 für die Schuhe. Ja, aber aktuell sind sie bei 1.800. Schon, aber wann hast du sie gekauft? Vor... Keine Ahnung. Zirka. Wann sind sie rausgekommen? Also wo sie rausgekommen ist? Kurz danach. Also ein paar Wochen danach. Okay, ja, das ist schon ordentlich. Da war's noch The Ten und da kam nix mehr angeblich. Ah, okay. Also genau in einer blöden Phase eigentlich gekauft. Okay, sehr, sehr cool. Die Hose 6700. Von Gucci, ich glaube 850. 850. Genau. Socken, irgendwas Besonderes? Foot Locker. Foot Locker Socks, ja. 5 Euro oder 10. Die Jacke, mega cool. Ich feiere die, weil ich sie auch hab. Finde ich sehr, sehr geil. Was hast du schon erwähnt im Video? Ja. 1.000. Ich hab weniger gezahlt. Wirklich? Ja. Und wie hast du bezahlt? Na, ja, aber heißt es nicht. Du weißt, da ist es einfach schon wurscht. Es ist. Es fällt einfach nicht mehr. Aber ich muss sagen, ich hab's gekauft 2015. 15 oder 16. Ja, okay. Ich hab's auch sehr früh schon gehabt. Und ich muss sagen, die Jacke hab ich gesehen bei Chris Brown und da hab ich mir gedacht. Ja, voll. Ich auch. Ich auch. Ja, war einfach mega geil. Okay. Duermi-Shirt 90? 89. 89, ja. Aufgerundet. Sehr, sehr cool die Kette. Ich hab vorher schon probiert, ob's eh funktioniert. Inflamed. Und wie viel kostet die Kette? Ich hab sie im ... Ich glaub, ich hab's halt 60. 60, okay. Das ist ja im Abkauf. Dann kommen wir zum Louis Vuitton Supreme Bandana. Ich glaub 300, oder? Mehr? 500? 600? 700 hab ich gezahlt. Für einen Bandana, Freund. Aber aktuell über 1.200. Wahnsinn. Wenn du echt dir was kaufst, was teures und das liegen lässt, deine Zahner, das steigt so im Wert, das ist abnormal. Und jetzt, Freunde, jetzt kommen wir zum teuersten. Wir kommen zu deiner Uhr. Was haben wir da schönes oben? Ja. Oh, Freunde, schauen wir doch mal her. Uh, eine Patek. Sehr, sehr schön. Wahnsinn. Was kostet die? Preis auf Anfrage. Preis auf Anfrage. Was hast du bezahlt? Was hast du bezahlt? Such dir was aus und blendst einfach ein. Ja, ich weiß eh, was er bezahlt hat. Okay, ringen wir noch irgendwas cool? Ist das Cartier? Ist das Cartier? Ist bei 1.750. 1.750. Wahnsinn. Genau. Und der ist von Thomas Zauber, ist bei 2.300 Euro. 2.300. Ja, das macht dann schon einen Unterschied. Huna, was soll ich sagen, du hast wieder mal alles zu fit mit deinem Outfit. Wir sind es eh schon gewohnt von dir. Sehr, sehr cool. Liebe Freunde, Döami, auf jeden Fall Support ist da. Nochmal in der Infobox verlinkt. Holt euch euer Shirt. Freunde, das war es von diesem Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir verlinken euch jetzt noch hier. Und hier hat es sich gemerkt. Ein neues Video von mir. Danke, dass ihr zugesehen habt. Lasst auf alle Fälle ein Like da. Schaut bei Döami vorbei. Danke fürs Zusehen. Das war es von Huna, dem Zerpicker in the Game. Und von mir. Euer, warte. Ich will noch mal. Euer, Hexmille. Jetzt noch. Schaut. Schaut z Sorry, es ist das. Schaut. shocked. Go क